Servus miteinander! Ja, es gibt wieder Transfergerüchte rund um unseren FC Augsburg. Einerseits wird Lino Tempelmann, ein zentraler Mittelfeldspieler vom 1. FC Nürnberg, mit uns in Verbindung gebracht. Und natürlich gibt es auch wieder einige Schlagzeilen um Finn Dahmen. Es wird ein bisschen heiß. Er hat jetzt wirklich nochmal klargemacht, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Er hat ja jetzt einige Spiele für Mainz gespielt, auch sehr gut gespielt, wie ich finde. Und es gibt hier mittlerweile einige Interessenten, die heiß an ihm dran sind, unter anderem auch wir. Dann am Ende gibt es dann von mir noch so einen kleinen Kader-Update. Wer ist fit? Wie schaut es aus mit Rex Bitschei für Samstag? Wie schaut es aus mit Oxford etc.? Genau, dann viel Spaß euch! Fangen wir an mit Lino Tempelmann. Er ist 24 Jahre alt, rechtsfuß, spielt hauptsächlich im zentralen Mittelfeld. Hat aber für einen 6er-8er wirklich ein ganz ordentliches Tempo. Also er ist nicht langsam mit guten Antritt, gutes Highspeed. Kann dementsprechend auch auf dem Flügel spielen. Er wird dort auch flexibel eingesetzt, aber hauptsächlich zentral. Gilt als ganz spielstarker Spieler, der auch nach vorne viel machen kann. 1,74 groß und hat schon drei U20-Länderspiele. Also ein ganz schön spannendes Talent. Aber nicht nur wir sind an ihm dran, sondern auch der VfL Wolfsburg. Sehr spannend. Ein Spieler, der jetzt unser Mittelfeld verstärken würde, ist jetzt kein klassischer Abräumer. Also 1,74. Aber laufstark und hat wirklich so diese Komponente mit Ball, wo er uns wieder einen Schritt weiter bringen könnte. Spannender Spieler und kann so auch wirklich im Mittelfeld spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn auch jetzt auf der Schiene bringen kann. Er hat auf jeden Fall mal LM und RM gespielt, aber das sind jetzt nicht seine Hauptpositionen. Aber durch das Tempo, das er hat, wäre da auch kreativer Spielraum auf jeden Fall da. Nino Tempelmann hat jetzt in den letzten zwei Jahren bei Nürnberg, also ich nehme jetzt das Jahr natürlich noch voll mit, hat er jetzt 22 Spiele gemacht in diesem Jahr. Ich schaue mal ganz schnell, zwei Tore, zwei Sists, also vier Scorer für einen Mittelfeldspieler. So aus der Tiefe ist das wirklich gut. Und auch im letzten Jahr hat er ganz toll gespielt. 32 Spiele, vier Tore, vier Sists, also ein Dauerbrenner mit wirklich auch Scorern nach vorne. Und gerade so aus dem Mittelfeld, finde ich, haben wir sehr wenig Scorer-Punkte. Bis auf Arne Engels ist das wirklich sehr wenig, der mit seinen Standards hier natürlich auch scort und einem aus dem Spiel auch einen Assist gemacht hat. Und daher wünscht man sich wahrscheinlich schon dann über die Länge, also dann nächstes Jahr auch ein bisschen Kreativität und man braucht auch ein bisschen Torgefahr aus dem Mittelfeld. Ja, Niklas Dorsch war jetzt natürlich lange verletzt, er ist auch gerne mal für ein Törchen oder ein Assist gut. Ansonsten von Elvis kam nach vorne jetzt wenig, der konzentriert sich halt sehr viel auf seine Defensivaufgaben. Aber ich möchte jetzt gar nicht über den Scorer sehr viel sprechen. Ihr seht schon, Nino Tempelmann wäre ein Spieler, der auf jeden Fall aus der 6-8-Position auch nach vorne Lösungen hätte. Er ist wirklich enorm laufstark, gutes Tempo, das sind so, finde ich, seine Stärken. Und ja, ist dort ein Dauerbrenner, U20-Länderspiele sagt ja auch schon einiges aus. Bin ich sehr gespannt, wie gesagt, VfL Wolfsburg ist auch dran, gibt jetzt nichts Konkretes, aber ja, wir und Wolfsburg werden halt in Verbindung gebracht, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und jetzt kommt dieses heiße Thema, ja, Fynn Damen und irgendwo gehört ja da auch unser Torwart Rafa Gikiewicz dazu. Geht ja eigentlich schon los, seitdem ich hier YouTube mache, ist Fynn Damen bei uns im Gespräch. Wir haben ja auch scheinbar schon mal ein konkretes Angebot abgegeben, die Mainzer waren da aber nicht gesprächsbereit. Damen hat jetzt auch für Mainz gespielt die letzten Wochen und ich finde auch sehr gut, ich zeige es euch hier gleich nochmal, das waren seine Spiele und seine Noten. Er hat einmal eine 3, 2,5, 3,5, 3,5, 3,0, 2,0 gespielt und wie er auch beschrieben wurde, er ist ja auch U21-Europameister geworden, er ist wirklich ein sehr spielstarker Spieler, sehr cool am Ball, hat auch gute Reflexe auf der Linie, hat jetzt auch ein, fünf Jahre war er jetzt in Mainz auch so auf der Bank gehockt und er will einfach nicht mehr. Er möchte jetzt ein Stammspieler in der Bundesliga werden. Und das ist auch das Kriterium, glaube ich, um ihn zu bekommen. Er wird nicht sich irgendwie für ein halbes Jahr, Jahr auf die Bank hocken. Ab und zu wurde hier auch geschrieben, ein halbes Jahr, Jahr hinter Giekewitz lernen und dann spielen. Darauf hat der Junge keine Lust mehr und dafür ist er auch zu gut. Das kann ich schon, da bin ich mir 100% sicher, dass er sich nicht in die zweite Reihe stellen wird. Er hat Angebote jetzt mittlerweile auch von Schalke 04, die ja momentan mit Ralf Fährmann Stabilität bekommen haben. Der Spolo war da nix, aber Ralf Fährmann ist auch schon 34, also Schalke, je nachdem, ob sie drinbleiben, für Finn Dahmen vielleicht eine auch sehr interessante Adresse. Also ich rechne Schalke ja auch gute Chancen zu bei diesem Transfer. Und die Hertha ist dran, die haben einen Christensen im Tor, den ich nicht so stark finde, aber er hat Vertrag bis 2,26, also deutlich länger. Hier würde ich aber durchaus Finn Dahmen zutrauen, dass er den auch verdrängt, wenn er kommt. Er möchte Stammtorhüter sein. Er hat auch Angebote aus der Premiership aus England. Wirklich um PSV Eindhoven ist auch dran. Die haben gerade einen verletzten Torhüter, so wie ich gesehen habe. Es sind wirklich Namen jetzt dran an unserem Finn Dahmen, wo wir auch Interesse haben. Also sehr, sehr spannend. Wird mich auch natürlich jetzt sehr eure Meinung interessieren, weil sich ja das doch immer ändert. Wir sehen ja immer mehr Spiele. Ich fand jetzt Rafa Giekewitz Leistung, seitdem er, er war ja verletzt, davor war er überragend, mal gut, mal schwächer. Er hat auch wirklich Fehler gemacht, zum Beispiel gegen Union Berlin, wo er rausläuft, den Ball nicht kriegt, da das Gegentor kassieren wir. Jetzt auch wieder eine Unsicherheit gegen Bremen, wo er klar am Tor schuld ist, aber auch wirklich uns den Sieg halt hält mit seinen Glanztaten. Also er hat auch überragend gehalten, aber auch wieder diese Fehler drin. Und die sind schon jetzt ab und zu zu häufig da. Er hat sich auch auf Instagram ja schon ein paar Mal entschuldigt nach Spielen, das Tor geht auf meine Kappe und so. Fakt ist, Giekewitz steht auf jeden Fall auch unter Druck. Sein Vertrag verlängert sich ja automatisch bei einer gewissen Anzahl an Spielen. Es müsste sich jetzt die Tage ja so ergeben, die nächsten Wochen und Spiele. Aber wenn ein Damen kommt, das wäre natürlich ein sehr heißes Thema, weil Giekewitz hat ganz klar gesagt, er möchte sich nicht hin anstellen. Und was auch für Giekewitz spricht, und da mache ich mal ein ganz spannendes Thema auf, Team-Hierarchie. Wir müssen eins überlegen. Wir haben einen sehr jungen Kader. Wir haben im Winter enorm verjüngt, auch mit dem Transfer. Wenn jetzt ein Kalli Juri, ich gehe mal davon aus, dass er geht. Auch sehr wichtig für die jungen Spieler scheinbar hinter den Kulissen. Dann haben wir noch einen Strobel, der weggehen wird. Weniger ein Thema, machen wir uns nichts vor. Das wird, glaube ich, auch nichts mehr. Und noch ein Giekewitz geht. Dann hättest du jetzt noch einen André Hahn und Baumgartlinger. Die müsstest du ja fast verlängern, um noch ein bisschen so eine Hierarchie im Kader zu haben. Bisschen bildet sich ja auch schon Demirovic als Leader. Und natürlich bildet sich mit der Zeit eine neue Hierarchie. Aber ich würde es schon leicht gefährlich finden, wenn wir jetzt unsere viele wohlverdienten alten Hasen gehen lassen. Das muss ich ganz klar sagen. Giekewitz ist, glaube ich, nicht so unwichtig, weil er schon jemand ist, der auch mal im Training draufhaut, auch mal die Jungs ein bisschen auf den Boden bringt. Und dementsprechend spricht hier schon einiges dafür, dass wir noch mit Giekewitz in die nächste Saison als Nummer 1 gehen. Und ich bin da jetzt komplett 50-50. Würde mich sehr eure Meinung interessieren. Fakt ist, Fynn Dahmen ist ein sehr spannendes Talent. Sehr spielstark, gut am Ball und hat eine gewisse Coolness und hat wirklich gut gespielt für Mainz. Da war ich auch sehr überrascht, dass Robin Zehntner wieder ins Tor kam, weil ich dachte, Dahmen setze ich da am Ende jetzt noch durch. Also sehr heißes Thema. Für mich stand jetzt vielleicht Schalke da sogar Favorit, weil die wirklich mit Fährmann, der spielt zwar klasse, aber er ist halt nicht mehr der Jüngste. Also sehr, sehr spannendes Thema. Und gerade das mit der Team-Hierarchie finde ich auch enorm spannend. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir auch ein paar erfahrene Spieler gerade für jede Woche trainieren. Es ist ja nicht nur Spieltag am Samstag, also die trainieren ja jede Woche und jeden Tag zusammen, täglich. Und da brauchst du schon ein paar Säulen. Deswegen wäre ich schon ein Fan, wenn Andre Hahn bleibt, Baumi bleibt und dann ein Giekewitz eigentlich auch noch. Weil Kalli und Strobe, bin ich mir sicher, dass sie gehen. Falls ich jetzt einen erfahrenen Spieler vergesse, Kubek weiß der halt auch nicht. Der ist ja auch wichtig für die Kabine, ob er sich das mit der Bank noch länger antut. Da müssen wir schon aufpassen, dass wir es nicht zueskalieren lassen mit der Verjüngung in unserer Mannschaft. Das ist nun mal Fall. Also gerne mal eure Meinung rein. Wie seht ihr es mit Giekewitz, war so der Punkt, der nicht volle Kanne für ihn spricht, aufgrund der Team-Hierarchie ihn noch zu behalten als Eins. Fakt ist, Fynn Dahmen, guter Torwart, spannendes Talent. Naja, und dann haben wir noch ein paar Informationen für euch, unabhängig davon. Genau, Rechtsbescheid trainiert aktuell wirklich wieder sehr gut. Könnte sogar für Samstag eine Option sein. Aber wie ich Enno Maasen kenne, glaube ich nicht, dass er gegen Bayern starten wird. Er wird aber voraussichtlich auf der Bank sitzen können. Und so relativ schnell mit seiner Genesung. Dann hat man was Neues zu Oxford erfahren. Er hat immer noch extremen Trainingsrückstand trainiert, aber immer mehr und besser. Wird, denke ich, für die Bayern noch keine Option sein. Ich gehe mal stark davon aus, dass nach der Leistung gegen Bremen Bauer und Jeff das hinten machen werden. Und beim Oxford geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich hoffe auch wirklich, dass das jetzt noch wird dieses Jahr, dass wir ihn noch spielen sehen. Und dann haben wir noch Jensen, der hat irgendeine Probleme mit der Fußsohle. Wird ausfallen, gerade bei ihm. Bei Jensen ist es ja oft so erfahlt, dass er kleine Wehwehchen hat und mal ausfällt. Er wird gegen Bayern wohl kein Thema sein. Denn ansonsten ist Stand jetzt alles bei Alten. Und wir werden natürlich sehen auf der PK, ob sich da noch jemand verletzt. Zuletzt war ja Urukai dann, der dann kurzfristig ausgefallen ist. Kann immer natürlich was passieren. Aber das war so nochmal der Kader-Update. Ansonsten ist noch unser Arne Engels nominiert als Rookie des Monats wieder, Leute. Stimmt da auf jeden Fall fleißig ab. Ich habe euch schon im Community-Tab auch reingepostet den Link, wo ihr einfach entspannt für ihn abstimmen könnt. Versuchen wir mal, es ist sehr mies, weil Delicht noch als Rookie gilt, weil er unter 23 Jahre ist. Also Delicht hat da für mich eigentlich nichts zu suchen, ist dabei. Und Kraus von Schalke mit der Schalker Fanbase. Ja, natürlich schwierig hier für Arne sich durchzustellen. Aber aller Chapeau, dass er zweimal da jetzt nominiert ist. Irgendwann schafft es der Junge noch, wenn er so weiterspielt. Also bitte votet fleißig für den Jungen. Ja, danke euch dann fürs Zuschauen des Videos. Ein Daumen nach oben, würde mich extrem freuen. Gerne eure Meinung zu Tempelmann und natürlich auch zu dem Damen-Gieke-Witz-Ding. Und dann würde ich sagen, Daumen hoch wäre natürlich top, würde mich immer freuen. Morgen geht es dann schon in den Vorbericht gegen Bayern. Euer Dennis und ich sage Servus und Ciao. Einmal zusammen nochmal für YouTube wäre richtig geil. Oh, was geil ist für YouTube, was geil ist. Machst du was richtig geil ist? Like, follow, Abonnenten, alles da lassen, recht bescheiden.